Paar hat es gerade gesagt, verbreiten, verbreiten, verbreiten. Dazu darf ich noch zwei, drei Gedanken praktischer Art mitteilen, weil es ist heutzutage nicht mehr ganz so wie früher, dass sich einfach Beiträge von selber im Netz verbreiten. Es gibt viele Sendungen auf Kla.TV, YouTube, zum Beispiel 9-11-Themen, von denen wir heute gehört haben, sagen sie, platzieren wir nicht mehr in den Empfehlungen, es wird nicht mehr empfohlen. Das bedeutet, es braucht jetzt jeden Einzelnen, auch dass diese 17. ATK sich im Netz verbreiten kann. Wie geht das? Jetzt, die Referate sind in den nächsten Tagen und Wochen freigestellt, sobald sie vom Rechtsdienst geprüft sind. Und wie könnt ihr informiert werden, sobald dies geschehen ist? Das könnt ihr, indem ihr den ATK-Newsletter abonniert, unter www.antizensur.info.com könnt ihr den Newsletter abonnieren. Sobald die ersten Beiträge reinkommen, erhaltet ihr eine Mail. Und diese Mail informiert euch, und die soll nicht nur für euch sein, sondern schickt die wirklich an alle eure Freunde weiter, solange auch E-Mail und so diese Wege noch funktionieren. Mails weiter, informiert die Leute, alle, die erkennt, dass diese Beiträge rauskommt. Es kommt auf jeden Fall an. Wie gesagt, man kann nicht mehr auf YouTube und auf andere soziale Medien zählen, weil das zensiert wird. Trotzdem hier noch eine Übersicht, wo überall diese Referate und Highlights freigestellt werden. Das wird auf Antizensur-Info sein, auf klar.tv, auf dem YouTube-Kanal von ACK, solange der noch existiert. Dann wird es auf Vimeo freigestaltet, auf Twitter und auf Telegram. Da dürft ihr alle, die diese Plattformen kennen, ihr könnt es auch von da aus weiter verbreiten. Natürlich am liebsten schon von klar.tv und von ACK aus von der Quelle. Auch die Referenten sind herzlich dazu eingeladen, diese Beiträge dann herunterzuladen. Das kann man auf den Plattformen und sie auf den eigenen Plattformen weiter zu verbreiten. Dann noch ein kleiner Tipp zum Schluss. ACK gibt es einmal pro Jahr oder vielleicht zweimal, aber klar.tv gibt es täglich ab 19.45 Uhr unter www.klar.tv. Schaut doch da täglich rein, jeden Tag eine kleine ACK. Abonniert den Newsletter, verbreitet es weiter. Wenn wir es nicht verbreiten, tut es niemand. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.